Hallo Leute, willkommen zum neuen Let's Play Star Wars Battlefront 2 2005 Classic. Ja, wir haben letztes Mal auf Naboo die Regierung gestürzt. Mal schauen, was uns heute in der nächsten Folge erwartet. Bis gleich. Mustafa, präventive Maßnahme. Die Bedrohung der Separatisten regt sich wieder. Sie lauern im Orbit über Mustafa. So, überspringen wir oder greifen wir an? Ich glaube, wir greifen an. Obwohl die Klonkriege vorüber waren, kapierten es manche Leute einfach. Der schlimmste Fall war Gizor Delsho. Ein Separatist von Geonosis, dem es irgendwie gelungen war, Lord Vaders Bemühungen, die Überrechte der KUS auszulöschen, zu entkommen. Lord Vaders verfolgte ihn nach Mustafar und holte uns, um die Sache zu beenden. Die Missionen schienen einfach. Aber als wir die flotte Drogen-Schiffe über den Planeten schweben sahen, wussten wir, dass der Fall Delsho gefährlicher war als erwartet. Ja, ähm, gehen wir mal als Imperialpilot rein. Sir, the droids have landed on our ship. We can't launch our fighters. Wir sind nicht weiter. Wir sind in der Flotte. Wir sind unterhalten. Das ist nicht ein Schwell. Ähm, wir können doch nicht weiterlaufen. Ja, das wird ja überhaupt nicht so schön werden. Äh, tschüss. Statt sich da mal umherum zu kümmern, also schon darfst du hier auch mit herumschießen. Ähm, okay. 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 So meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier gleich hier. So, dürfen wir jetzt noch den und dann haben wir die Drogen hier verjagt. ok ok sehen wir Jäger noch übrig also die gehen hier auch nicht mehr auf ihre standard die haben jetzt nur noch so welche solche droiden träger ich wollte ich auch nicht mehr so 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 Oh, wie schnell ist der denn, Leute? Hallo. Dann will ich noch meine DPT noch hier hochstellen. Das nennt man auch DPT, oder? Also, stellt mich als Pilot ein. Ich weiß ganz genau, was ihr hier zu machen wolltet. Deshalb bin ich auch auf RP-Zimmer wie Pilot oder so. Weil ich manchmal echt schlecht bin im Fliegen. Ach, sag ich, jedenfalls bin ich gestorben. Ohm. Ja, das wird noch eine lange Zeit dauern. Ja, das war's. Ja, das war's. Da kommen noch den da und deren haben wir es. Ja, ihr Schiffe verletztlich, gehen sie ran und zerstören sie ihren Schutzschild. Hier könnten wir ein Bombo-Bi-Problemen, Leute. Ja, ihr habt ein Bombo-Bi-Problem? Und Schilder aktiviert. Wir wollen jetzt den Bombo-Bi-Problem, das ist klar. Ja, danke. Ach, Ziel abgeschlossen. Ja, fertig. Rauben gesichert. Der Hauch von Nostalgie, den die 501. verspürte, als sie gegen die Droidenflotte über Mustafa kämpfte, hatte schon einen bitteren Beigeschmack, als wir unsere orbitalen Positionen einnahmen. Nun war es Zeit herauszufinden, worum es ging. Ja Leute, ich denke mal das war's mit dem Video. Beim nächsten Let's Play werden wir dann den Boden übernehmen. Ja, wir sehen uns einfach dann irgendwann wieder zum nächsten Let's Play. Ciao!